Ich heiße Carina und bin 31 Jahre alt und komme aus der Steiermark. Als ich von meiner vierten Schwangerschaft erfahren habe, war ich völlig überfordert. Ich habe Angst wirklich gehabt, dass ich in eine Depression falle und konnte überhaupt nicht mit meinem Partner darüber sprechen, weil ich einfach davor Angst gehabt habe, dass er das Kind nicht akzeptiert, dass er mich vielleicht zu einer Abtreibung zwingt. Ich natürlich habe auch mit dem Gedanken gespielt. Beim dritten Kind haben wir schon kurz überlegt, ob wir es schaffen, gemeinsam drei Kinder aufzuziehen. Und jetzt das vierte Kind ist eine irrsinnige Umstellung für uns. Wir müssen wieder zurückstecken. Ich weiß, ich muss wieder nächtelang munter bleiben. Das Stillen ist wieder angesagt. Ich bin gebunden. Meine beste Freundin hat ein offenes Ohr dafür gehabt. Und ich habe zum Glück auch Menschen kennengelernt, die mir Alternativen gezeigt haben, dass es auch geht mit vier Kindern. Heute sind wir sehr froh, dass wir unseren Kleinen behalten haben. Er ist ein wirklicher Sonnenschein und wir blicken eigentlich nicht zurück, nur vorwärts. Du bist schwanger und weißt nicht, wie es weitergeht? Du denkst über eine Abtreibung nach? Sprech mit uns. Es gibt Alternativen 0810 81 82 83.